Hallihallo und willkommen zurück zu Dragon Age Origins. So, seit letzter Folge sind wir im Brissilienwald, haben hier beim letzten Mal Windläufer getroffen, so eine Art Anführer der Wehrwölfe. Der sagte uns, dass wir am besten zurückgehen sollen und sagte auch, dass die Elfen uns nicht alles erzählt haben. Also dieser Behüter Cessarion. Da wir aber neugierig sind und die Unterstützung der Elfen auf jeden Fall brauchen, latschen wir natürlich trotzdem weiter. Ich habe überlegt, ich gehe jetzt erstmal hier rechts rum. Die Brücken sind ja ein guter Anhaltspunkt, je weit wir schon ins Gebiet vorgedrungen sind. Jetzt also erstmal rechts rum, mal gucken was hier noch so kommt. Die beiden Wölfe hier erstmal kein Problem. Mal wieder Wolfsfälle. So, und dann kicken wir hier mal. Also hier muss man echt aufpassen, dass man sich nicht verläuft. Wir wurden ja auch schon gewarnt. Ne, hier geht's nicht durch. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus von der ganzen Landschaft. Aber halt auch gefährlich. Ja, was haben wir hier unten? Hier muss ich jetzt öfter mal auf dem Map gucken, damit wir nicht total durcheinander kommen. Aber ich glaube, 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 hier sind wir schon gewesen. Ja, hier ist der Anfang. Das war so natürlich nicht geplant, dann latschen wir jetzt mal hier rum. Hier waren wir ja auch bloß die ersten Meter rein. Einmal gekämpft und dann umgedreht. Gar nicht so einfach hier. Natürlich auch keine Lust, irgendwas Wichtiges zu übersehen, zu vergessen. Deswegen müssen wir uns halt die Zeit hier nehmen. Alles so Stück für Stück abgrasen. Ist ja auch egal, uns hetzt ja keine. So. Kann ja immer gucken, da wo noch Elfenwurzeln oder sowas rumsteht, da sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Und hier ist das ja der Fall. Oh Mann, mein Orientierungssinn, der ist echt furchtbar. Hier haben wir auch noch was. Ist zwar alles nicht so wichtig, was wir jetzt einsammeln, aber trotzdem, ich würde schon ganz gerne hier alles abklappern. Können wir hier über den Baum rüber? Ne, sieht nicht so aus. Und da unten ist wieder diese Insel mit den drei Brücken, da wo wir heute angefangen haben. Jo. Also sind wir jetzt einmal im Kreis. Haben hoffentlich alles erwischt, da auf der Seite vom Fluss. Ist natürlich die Frage, ging es hier? Oder ging es in die andere Richtung? Aber ich befürchte, ich laufe mal wieder verkehrt. Ja, hier ist überhaupt nichts. Ging doch geradeaus. Darüber. Da lang sind hier auch die Wehrwölfe um Windläufer verschwunden. Ah, hier steht eine Elfenwurzel. Ja, dann waren wir hier noch nicht. Da hinten kommen auch die nächsten Gegner. Auch ein gutes Zeichen. Tollwütiger Wehrwolf. Ups, da kommt nur einer zur Verstärkung. Ja, trotzdem alles locker und flockig hier. Zu viel Schaden machen sie nicht, also keine Gefahr. Und eine willkommene Abwechslung. Wehrwolfspelz. Und noch eine. Und der dritte hat zusätzlich noch einen schwachen Wundumschlag. Den hat er wohl in der Hosentasche gehabt. So, weiter geht's. Hier über die Brücke oder ne, ich würde sagen, erst mal hier oben lang. Mal sehen, wie weit wir kommen hier. Da liegt, ja, ein Leichnam, aber vorher noch weitere Wehrwölfe. Rennen doch eine ganze Menge von den Viechern hier rum. War der eine hier. Ist ein bisschen härter. Elite-Gegner. Aber das hat mir auch nicht weiter geholfen. Der ist schon mal down. Und rechts auch. So, dann gucken wir mal, was dieser Leichnam bei sich hat. Ah, ein Magistergurt. Verringert Feindseligkeit. Und 10% auf erhaltene, heilende Effekte. Mal gucken, ob wir einen von unseren Leuten den geben können. Alistair hat schon 10% auf erhaltene, heilende Effekte. Und der soll ja die Feindlichkeit nicht verringern, deswegen nix für ihn. Pyronos, äh, lassen wir auch noch. Weil seine 3% Crit sind für Schurken eigentlich wichtige. Shield kann ja keine Ausrüstung anlegen, außer die Kristalle. Und Wyn, näh, lassen wir das mal. Mit den 3 Willenskraft und so. Kriegt einer aus unserem Lager den. Wer liegt denn hier hinten? D-G-I-A-N? Und, ne, Degen. Verletzte Elfe. Ihr seid schwer verwundet, was ist passiert? Wir sagten, Schattenreißer finden. Sein Herz holen. Ups, und da ist er bewusstlos. Ja, was können wir denn jetzt machen? Den Jäger ins Lager zurückbringen? Ihn untersuchen? Erstmal untersuchen wir ihn. Seine Wunden sind tief und einige bluten stark. Das sind die Folgen eines Angriffs einer Kreatur mit mächtigen Klauen. Es sind keine Bissspuren zu sehen. Hm, mal sehen, ob wir ihn wieder zu Bewusstsein bringen können. Schüttelst den Elfischen Jäger einige Male. Und es klappt. Ich... Wo bin ich? Bin ich noch im Wald? Ja, klar. Wo sonst? Wonach sieht's denn aus? Ich verstehe. Ich... Was ist mit den anderen Jägern? Leben sie noch? Keine Ahnung. Ich habe sie nicht gesehen. Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Auch wenn es unwahrscheinlich scheint. Fragen wir mal ganz normal, wer seid ihr? Mein... Mein Name ist Dagan. Ich bin ein Dalish. Ja, das sieht man ja. Der Nähe müsste ein Lager sein. Erzählt mal, was passiert ist. Wir... Wurden von einem... Rudel Wehrwölfe überfallen. Sie waren wild. Nicht wie die, die... Das Lager angegriffen haben. Wir haben alles versucht, aber... Zu viele... Oh, diese Schmerzen... Oh, da wird er wieder... Oh, diese Schmerzen... Na gut. Ah, gucken wir mal seine Ausrüstung durch. Ihn ausschalten wollen wir ja nicht. Wäre blöd. Die Rüstung des Jägers wurde vollständig in Stücke gerissen. Sein Bogen ist nirgend zu sehen, aber er besitzt noch... Ein blutverkrustetes Schwert? Wir könnten ihn jetzt auch ausplündern. Aber was soll das bringen? Ich würde mal sagen... Wir bringen ihn ins Lager der Delish zurück. Ist ja einer von denen, der wurde ja ausgeschickt. Nach Schattenreißer zu suchen. Und da sind wir auch schon. Ah, die Dame ganz vom Anfang wieder. Nitra oder wie die hieß. Er berichtet, dass ihr einen unserer Jäger mitbringt. Ah, Dagon! Er ist verwundet. Aber ich glaube, er wird überleben. Masse Runners, vielen Dank für eure Hilfe. Kommt, Lephalin. Bringen wir Dagon sofort zum Hüter. Wenn wir Glück haben, können wir ihn noch retten. Ja, ich denke, das war eine gute Entscheidung. Neue Quest. Verwundete im Wald. Äh, und auch gleich abgeschlossen. Okay, Dagon haben wir gefunden und zurück ins Lager gebracht. Die Elfen waren dir äußerst dankbar. Gut. Ist das abgehackt. Wind stimmt auf zu. Plus 3. Ja, jetzt sind wir hier wieder ganz am Anfang, wo wir das Gebiet betreten hatten. Also, wieder mal zurücklatschen. Soweit war es ja auch nicht. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier jetzt 10 Minuten rennen oder so. Da ist der Wasserfall. Da müssten gleich die Brücken kommen. Genau. Geradeaus rüber. So, und wir waren hier rechts hoch irgendwie. Ah, haben wir noch eine Wurzel vergessen. Da geht's, glaube ich, nicht weiter. Ne, abgesperrt durch diesen umgekippten Baum. Da hinten haben wir ein mystisches irgendwas. Grabstein-Amulett oder so. So, hier irgendwo lag der Dagon. Ja, viel weiter geht's auch nicht. Da ist schon wieder so ein Fluss. Dann mal zurück. Irgendwie müssen wir uns jetzt hier rechts halten. Denk' ich mir mal so. Da vielleicht über die Brücke rüber. Oh. Das sind aber keine Wehrwölfe. Ach du Schande. Dunkle Brut. Plus Ogre. Was machen die denn hier? Oh, der schmeißt gerade mit einem Stein. Mit einem Felsen. Werden unsere bestimmt gleich umkippen hier. Mal sehen. Ja. Da liegen sie auch schon. So, Alistair. Du solltest dir den Ogre vornehmen. Ah, wieso sind denn jetzt die ganzen Buffs schon wieder deaktiviert? Ist ja komisch. So, der Bullock ist schon mal Geschichte. Alle auf den Ogre. Ah, da hinten ist noch irgendwo ein Bogenschütze, glaube ich. Aber erstmal schnell den Ogre, der ist schon fast down. So, da liegt er auch schon. Gut. Ah, hier, genau. Der Bogenschütze. Ich glaube, einer kam da hinten noch. Yep. Aber alles kein Problem. Hat gut geklappt. Besser als ich dachte. Schnell geplündert. Mal sehen, was der Ogre noch bei sich hat. Oder ob der überhaupt was bei sich hat. Da unten liegen aber auch noch ein paar Leichen. Silberkurdel hat der Amulett Geistresistenz, Zauberresistenz. Ja, gucken wir mal später, ob das einer gebrauchen kann von unseren Leuten. Aber ich glaube, die haben mittlerweile alle was Besseres. Rennen wir jetzt hier runter. Enten ist Schutt. All der Grabstein wird angezeigt auf dem Minimap. Aber wir gucken erstmal hier oben noch. Hier liegt noch eine Leiche, aber das ist keine... Ach, da hinten haben wir noch einen weiteren Bogenschützen. Aber die Leichen, die hier rumliegen teilweise, sind glaube ich gar nicht von uns. Oder die haben wir nicht getötet. Aber warum sind die tot? Warum liegen die hier rum? Wer war das? So, gleich mal im Schutt wühlen da. Der hier links von uns ist der Grabstein. Vorher einmal speichern. Vorsichtshalbe. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Grabstein war. Ich weiß nicht, dass da wieder irgendein Bossgegner spawnt. So, gucken wir mal. Ganz vorsichtig. Und dann auch mit Alistair lieber. Den Grabstein in Ruhe lassen ist die einzige Auswahlmöglichkeit. Obwohl sein Anblick beunruhigt dich. Also irgendwas hat das hier noch mit dem Grabstein auf sich. Aber kann auch sein, dass wir das später erst zukommen. Oben ist ein Questziel angezeigt. Vielleicht sollten wir uns da mal ein bisschen in die Richtung halten. Hier geht es ja glaube ich nicht weiter, so wie es aussieht. Ah, darunter können wir noch. Schlafstelle, Feuerstelle, Zelt. Wird angezeigt. Ja, gar nicht so einfach sich hier durchzufinden. Da große Eiche. Ich glaube, das ist so ein Baum, mit dem wir sprechen können. So ein Sprechen der Baum. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mal sehen, ob wir hier runterkommen. Hm, sieht nicht so aus. Klicke ich mal einmal da hin. Der soll sich jetzt erstmal seinen Weg selber finden. Zumindest erstmal die Richtung, bevor ich hier lange rumsuche. So, hier machen wir mal einen Zwischenstopp. Jetzt weiß ich die Richtung so ungefähr. Könnten jetzt geradeaus, aber ich glaube links war es. Äh, rechts meine ich. Ah, wird gespeichert automatisch. Heißt garantiert Gefahr. Ach, du Schande. Und ein wilder Waldgeist in Form eines Baumes greift uns an. Na, keine Ahnung wie stark die sind. Werden wir ja gleich sehen, denke ich mal. Solange es bloß einer ist, geht es vielleicht noch. So, jetzt habe ich erstmal alle Buffs aktualisiert. Beziehungsweise aktiviert. Aus irgendeinem Grund waren die deaktiviert. Keine Ahnung, weshalb. Ja, Life geht ziemlich gut runter bei dem. Aber er scheint unsere Leute doch zwischendurch immer zu betäuben oder auch wegzuschleudern. Aber es hat schon mal geklappt. Gibt ein Kodex. Ja, wilder Waldgeist war klar. Wird hier beschrieben. Gut. Man sieht ja, was das für Dinge sind. Ah, ich wollte gerade sagen. Mal sehen, ob es noch mehr von der Sorte gibt. Und da haben wir schon den nächsten Kandidaten. Äh, eingewurzelt. Und auch eine Fähigkeit von denen. War zum Glück nicht so lange. Ist es noch akzeptabel. Oh, oh, Peronas. Das war gerade ganz knapp im Live. Und nochmal, aber er liegt rechtzeitig. Gut, ist gerade nochmal gut gegangen. Eigentlich sollte Alistair ja den Tank spielen und nicht unser Schurke. Gerade nicht so gut hingehauen. Aber alle überlebt. Und da ist die große Eiche. Vorsichtig heranpirschen. Also wir können sie ansprechen. Die wird uns nicht direkt angreifen. Aber Ja, dieser Baum, der sah mir auch so aus, als wenn der vielleicht nochmal auf uns losgehen könnte. Und genau das macht er. So, gleich zwei auf einmal hier eben angewurzelt gewesen. Scheel und Peronas. Was ist denn? Was rennst du denn so blöd hin und her? Du sollst angreifen. So, machen wir ein bisschen Kleinholz jetzt. Das war's schon. Gut geklappt. So, das ist also die große Eiche. Hm, was es mit der auf sich hat, würde ich sagen, erkunden wir beim nächsten Mal. Wenn, noch schnell dazu holen. Denn ist eigentlich ein guter Punkt, um hier die Pause zu machen. Also beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter mit der großen Eiche. Danke fürs Zuschauen und Bye, bye.